Also erstmal ist es natürlich eine beachtliche Summe, die da im Raum steht, die da transportiert wird. Und das ist natürlich frisches, großes Kapital, was dem Verein zur Verfügung steht. Das ist eine Sache, da kann man nur gratulieren. Ich als verantwortlicher sportlicher Leiter hätte gerne auch natürlich so eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite haben wir, und das ist ganz klar, und dazu stehen wir alle und ich insbesondere auch, wie Clemens Zendes oder der gesamte Vorstand vor allen Dingen, aber auch alle unsere Mitglieder, haben wir uns dazu entschieden, ein eingetragener Verein zu sein und auch ein eingetragener Verein zu bleiben. Das ist uns enorm wichtig. Das steht, das haben wir nochmal auf der letzten Mitgliederversammlung zementiert, das steht in unserem Leitbild und so wollen wir unseren Weg gehen. Und deswegen lässt sich das nicht miteinander vergleichen. Es lässt sich auch nicht miteinander vergleichen, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist. Es ist ein anderer Weg. Andere Vereine wählen einen anderen Weg. Der BVB wählt auch einen anderen Weg und jeder so, wie er es für richtig hält. Also ich bin weit davon entfernt. Mir steht überhaupt nicht dazu, da irgendwas eigentlich zu sagen. Wie kann man nur? Nein, im Gegenteil. Also mich geht es aber auch nichts an.